zu so später nächten stunde seid gegrüßt ihr höllen hunde wir sind in unserem palast im neta dem palast der tränen der halle des schreckens und ich bin lord zorn ja ich bin laut zorn wir gucken uns jetzt mal die normale welt ein bisschen an wir haben ja bisher nur die landschaft wird heruntergeladen das doch schön das wo ja wir haben hier unser portal das hier ist unser letzter todespunkt das war als demo creatures noch eingeblendet war der war da hinten und wir wollen uns hier mal ein bisschen weiter weg bewegen und die normale welt erkunden portal des schreckens 17 meter also gucken wir mal was es hier in unserer gegend so alles noch gibt wir folgen bei diesem flusslauf es wird gerade tag das ist ausgezeichnet da unten ist auf jeden fall schon mal zuckerrohr diesmal geht es also nicht in den twilight forest den wir natürlich auch noch weiter erkunden werden diesmal geht es hier durch die wälder des blut durch die blutwälder so nenne ich sie weil der boden der sieht so rot aus das ist aber port soul aber für mich sind das hier die blutwälder und hier ist noch ganz viel von dem mosi cobblestone den können wir uns einmal mitnehmen so ein bisschen wenigstens was davon auf eine reise jetzt vielleicht nicht gerade so sinnvoll das zeug mitzunehmen denn wir werden ja ein bisschen hier umher gucken und die gegend erkunden so und vielleicht ein paar kühlschlachten oder so denn wir haben nicht mehr viel zu essen eigentlich haben wir jetzt genau in diesem moment gar nichts mehr zu essen weil ich so dämlich war und habe mir nichts zu essen mitgenommen ja so kann das sein die kreaturen die hat der der neta fürst erstmal verband die gibt es erstmal nicht hier zu sehen also sind hinten fischer die kann man auch nicht futtern wir müssen aus diesem wald raus gibt es echt wenig essbares getier und müssen uns erstmal ein paar ja schweine schweine eventuell oder kühe rindfleisch essen wir am allerliebsten besonders roh aber wir mussten ja leider feststellen dass rohes rindfleisch wenig sinner gibt einen bogen habe ich mir auch nicht gemacht das ist total gut super vorbereitet gehen wir in die welt hinaus ja in welche richtung gehen wir ich würde sagen wir gehen erstmal richtung norden das sind schafe die geben ein bisschen wolle aber nicht wirklich etwas essbares schön für euch wenn ihr wolle gibt wolle aus wolle kann man betten machen und betten können wir nicht gebrauchen ich habe immer noch meine dunkle rüstung ein und die ist unglaublich haltbar das freut mich natürlich sehr wir müssen einen zaubertisch machen wir müssen unsere festung ausbauen es gibt so viel was wir machen müssen das ist also jetzt hier wieder die normale langweilige minecraft welt äh und hier ist alles noch dieses biome mit der ist alles noch der blutwald ne überall der blutende wald wir gehen immer weiter richtung norden um zu gucken ob da noch was anderes kommt außer hier der blutigen wald ich bin gespannt ich bin gespannt denn wir müssen irgendwas essbares finden wir müssen kühe finden die wir tot schlagen können und ihr fleisch fressen können also essen wir sind ja mensch ne ich bin ja gar kein mensch wir fressen na gut dann passt das ja wieder dämonen fressen besonders gerne seelen auch deine lecker scheint sie ja zu sein ja ich gewöhne mich langsam dran ein dämon zu sein ich weiß nicht ob wir unser erstes horn schon bald kriegen anschwein hallo schweini du bist ein totes schwein dankeschön für deine aufmerksamkeit ja ein schwein macht noch keinen dämonen satt aber es ist ein anfang weiter nach norden geht es durch die endlosen blutwälder die ja unser zuhause sind mehr oder weniger was dahinter kommt kann ich noch gar nicht sagen so weit bin ich hier noch gar nicht umher gerannt ich bin gespannt auf jeden fall kann man erstmal sagen dass es ein ziemlich weiter weg ist hier aus den blutwäldern raus bis man mal in ein anderes bion kommt die sind groß aber das ist doch gut da können helden die eventuell den dämon log zorn finden wollen und das portal des schreckens finden wollen die können hier tagelang rumöhren und auf der suche nach mir werde mich aber nicht finden wir sollten hier alles wildes getier aussetzen das sind wölfe oder welche von diesen pilzkopf kühen mit der axt zum beispiel das geht endlos hier weiter freunde wahnsinn wir werden natürlich das portal wieder finden da vorne ist eine lava quelle das ist immer sehr interessant das gucken wir uns auch erstmal an und hier sind überall diese steine diese bemurrsten pflastersteine und ich weiß noch wie selten die anfangs waren ah schweine guten tag ja oh und kühe alles gut alles gut äh schweine und kühe machen keine mühe wenn man sie tot schlägt ja und dann hat man nicht viel mühe mit den tieren sondern braucht nur ihr fleisch zu fressen und ihr leder zu tragen oder daraus ähm lederstrümpfe zum beispiel zu machen ist alles voll das ist gut das ist gut ja ah sie erschreckt ich bin auch schrecklich daran liegt das freund ist alles voll super ja kriegen wir wieder Abwechslung auf den Gabentisch wollte ich schon sagen auf den Speiseplan da la 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 ich töte Schweine und Kühe dazu hu 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 ja ha und da hier ist der Lavasee hier können wir die gleich grillen und nicht reinfallen bitte bitte nicht reinfallen das tut weh Kühe sind ja nahhafter als Schweine das ist ja erwiesen von äh wissenschaftlern erwiesen zack dass sie nahhafter sind ja Hühner ne Hühner nicht Hühner sind Höllenwesen und die werden nicht getötet und auch nicht gegessen so ja und das Schöne ist wenn ich alle Tiere töte im Wald dann haben wir unsere Ruhe ha 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 hast dich versteckt ne hat dir nichts gebracht da habe ich nur über dich gelacht ähm ja ihr merkt ich arbeite an meiner Busartigkeit ähm das ist gar nicht so einfach wenn man als normaler Mensch erzogen wurde ja dann merkt man ist ein Dämon und muss dann die Bus Haftigkeit sozusagen nachholen okay gucken wir mal äh wir haben erst 19 Rindersteaks wir haben doch schon so viel abgeschlachtet von dem Getier aufs Bein geht nicht die sollen mal ein bisschen mehr geben das geht doch so nicht dafür haben wir ein bisschen mehr Schweinefleisch und bald auch genug für ne Höhlentour weil Schweine sind die echt genug ja das wird Zordern jetzt eine Freude sein äh wie ich hier seine äh heiligen Schweine abschlachte aber oh total übersteuert aber ähm die Lande um Hunsgrab die sind weit entfernt Freunde da brauchen wir keine Angst haben und ich glaube wir haben ein neues Biom entdeckt sehr schön ein Sumpf na toll ach jetzt sind die Tante wieder ist das Tante Luise oder äh Lucia wahrscheinlich Lucia die Tochter äh die die Schwester des äh Dämonenfürsten Blum wie widerlich wie kann man sich sowas ins Haus stellen stinken und sehen hässlich aus dann nehmen wir noch lieber ein paar Netawarzen die stinken wenigstens nicht sehen auch hässlich aus hier ist alles Sumpf hier nicht glaube ich ne hier ist Tannenwald ja riesige Tannenwälder auch nicht viel besser und wir bewegen uns glaube Woutzmann wird mir ja gerade angezeigt auf meiner Karte hallo Schwein Woutzmann was war denn das habt ihr das eben gesehen hast du das eben gesehen oh ah oh guck mal wie der abgeht ja töte sie alle töte sie alle sehr gut guter Hund yeah ein ganzer Horde ein ganzer Wolfshorde ich bin ein Höllenförst ich bin ein Dämon mich brauchst du nicht töten also brauchst du die Schafe auch nicht aber wenn er da Bock drauf hast warum nicht jeder soll machen was er will solange er nicht mir in die Quere kommt ja okay wir sind schon ganz schön weit aber wir rennen wir wir rennen gerade wieder zurück das wollte ich eigentlich gar nicht vielleicht sollten wir uns mal ein Boot bauen und diesen Fluss mal ein bisschen folgen der scheint ja unendlich lang zu sein ja machen wir das doch mal hier steht gerade so eine blöde Palme rum eine Nadelpalme auch genannt ähm ah Moment hab ich immer noch äh Moment Entschuldigung Freunde friedlich so besser jetzt können auch die Monster wieder kommen und mir den Kopf abbeißen ach ja Timbermott ah da war ja was da war ja was äh hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm lo 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 was für ein schreckliches Lied das gefällt mir sehr gut oh Moment das hat mir nicht so gut gefallen ja wer weiß wie man den creature mod ähm wie man da die Monster einstellen kann der soll mir doch bitte eine Nachricht in die Hölle schicken äh in der mir das erklärt ja ganz wichtig wir brauchen Kohle Freunde oder Holz wir können auch auf Holz grillen geht auch aber umso heißer umso besser und Kohle macht äh heißeres Feuer oh guck mal wie viele Monster jetzt gleich da sind hohoho da oben auf der Minimap ich sehe sogar eine Hexe und das wird jetzt wieder schwer hier äh dem Fluss zu folgen wow 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 bam kaputt es hat ja toll was gebracht sind wir weit gekommen juhu okay wir gehen noch ein bisschen Richtung Norden und hier ist irgendwo eine Hexe im Wald und der hauen wir erstmal auf ordentlich auf den Kopf drauf hatte ich mir so gedacht ah hier müssen noch Höhlen sein wenn hier so viele Monster sind oder oder ist es hier einfach zu dunkel wo bist du Hexen Hexenbiest irgendwo hier ne bestimmt wir gehen mal ein bisschen in die Richtung Richtung Norden um zu gucken ob da noch was ist und wenn nicht dann drehen wir um ah Schokoschaf äh und Kühe ja das ist gut und dann haben wir genug Eisen für unsere erste Höhlen-Tour ja so wird das gemacht hier mit dem Schwein und den Kühen da wird nichts hier angebaut Bauer und so Bauer sucht Frau ah hier weiße Wölfe ja töte es sehr gut sehr gut brava brava ähm brava Monster brava äh Wolf ganzes Ruhle die können schon mal so ein Dorf ausrotten so ein NPC Dorf so ein Ruhle Wölfe hm wir haben ja ganz am Anfang eins gesehen vielleicht sollten wir die da mal hinlocken keine schlechte Idee da hinten scheint wieder anderes Biom-Gebiet zu sein und die sind alle unter uns sie sind unter euch ähm die Monster und hier ist eine Höhle da sind noch ein paar Schweine die machen wir gleich noch platt oh ja da sind eine Menge Schweine hallo ich bin's äh Lord Zorn ich bin gekommen um euch zu töten und nichts anderes ähm keine Zucht keine äh Freud einfach nur geballtes Leid ähm ja ach guck mal da sind noch welche und da ist ein bisschen Kies und da ist auch eine Höhle da können wir gleich mal reingehen und es wird Nacht aber wir gehen natürlich wir sind Dämon wir gehen doch nachts nicht schlafen Freunde äh nie wieder gehen wir schlafen wir werden immer die Nächte durchmachen und viele Monster auf diese Welt beschwören auf das wir sie uns äh zu gefallen machen ne weil Monster sind ja sie sind nicht unsere Freunde die werden uns trotzdem angreifen schätze ich zumindest mal dass die da nicht begeistert von sind oh hier ist auch noch so eine schöne Höhle 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 das ist Wahnsinn ja macht auch satt groß Schweinefleisch auch lecker mh aber das ich finde das Rindfleisch ist noch besser ich weiß nicht wie es bei euch ist das ist nämlich schön blutig und da läuft einem das Blut so im Gesicht runter guck mal Kohle das finde ich eigentlich ganz angenehm äh erinnert mich an zu Hause so das nehmen wir alles mit die ganze Kohle wir haben zwar auf der Festung Kohle aber die nehmen wir natürlich auch mit was denn wer stört ja die Monster werden sich erst noch dran gewöhnen müssen dass sie jetzt hier jede Nacht auf der Welt erscheinen können und nicht mehr durch die Nacht äh durch den Tag vertrieben werden guck mal ja ja bäh ganz schön viele um mich rum wenn ich das mal so sehe sagen darf alles noch für das Schweine sehr gut ja ich bin die Rache des äh Montezuma oh was coole Gegend hier noch mehr Schafe da sind Creeper hallo Creeper sprengen wir mal bitte den Baum oh hättest du ruhig mal wegsprengen können den Baum ah verschwinde garstiges Schaf oh guck mal da ist glaube ich unser Potzl weit ich muss hier mal durch ich muss hier mal durch Rasenmäher an ah guck mal solche Bilder die sind doch sonst immer verborgen geblieben und da unten ist eine Höhle und die werden wir uns gleich mal angucken ich würde sagen dann äh ja gleich mal ich guck noch einmal hier ganz kurz rüber da unten ist eine Höhle da badet ein Creeper ha 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 ja die freuen sich jetzt dass sie auf die auf diese Welt kommen können wir gucken noch mal zur anderen Seite was uns da erwartet äh Birkwälder naja sterbend langweilig eigentlich und ein kleiner See ein kleiner großer See bist du verrückt ja der ist ganz schön groß ja Freunde ich würde sagen was meint ihr wir gehen mal da unten zu der Höhle gucken dass wir irgendwo luxuriös runterkommen hier so zum Beispiel hier so zum Beispiel Spinne auch da hallo Schwein hallo Spinne wir schlagen einfach alles tot was uns entgegenkommt das ist immer am besten äh hier ist schon Höhle hier ist schon Höhle ja okay ah sehr gut das ist ein Durchgang ähm oh guck mal wer da unten ist ja ich hab keinen Bogen du tut mir leid ich hab leider keinen Bogen aber ich kann dir auch im Kopf springen und dir dann mit der Achse in den Kopf hauen jetzt werden es aber ein bisschen viele das tut doch nicht Not BÄM noch einer oh 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 ist gut ist gut ist gut und hinter mir müsste jetzt der Creeper sein und ein Zombie oh das hat weh getan glaube ich so ja 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 noch ein Creeper naja wir rennen mal zu der Höhle ich glaube das ist sicherer das Essen müssen wir auch und dann müssen wir uns erstmal unser Fleisch zubereiten es schmeckt zwar käsig dann aber auch wenn es schlecht schmeckt ähm ist es doch dann ein bisschen nahrhafter ich guck erstmal wie groß die Höhle hier ist wenn ich nehme doch unsere Haushöhle sozusagen eigentlich gar nicht so klein die Höhle hier sind wir glaube ich ganz sicher wenn wir uns hier ein bisschen ausleuchten was meint er hier so ausleuchten ausleuchten guten Tag ja ja ist doch gut so dann leuchten wir hinten noch ein bisschen aus ja das ist eine große Höhle die gucken wir uns leider näher an äh da oben ist auch noch ah guck mal was hier für Monster drin sind genial dann machen wir jetzt echt eine Höhlentour wie so ein Mensch bäh und wenn wir die überstanden haben geht es dann erstmal zurück nach Hause und dann haben wir auch erstmal wieder ein bisschen Essen hoffe ich doch mal zumindest die Kohle brauchen wir denn wir können nicht mehr nach Hunsgrab zurück und uns da die Kohle klauen leider ist echt tragisch oh kleiner Wuster wird natürlich nicht natürlich nicht rausgeschnitten das wüsste ich hätte da wohl gerne ist alles voller Monstrositäten ähm ich würde sagen ich bauen wir mal eine Werkbank so Werkbank und die Musik ist ja allerliebst möchte ich meinen so dann haben wir einen Ofen zack und da kommen jetzt die Steaks rein äh oder machen wir erstmal ja doch machen wir einmal Rindersteaks und dann machen wir gleich noch einen Ofen da brauchen wir allerdings noch ein paar Blöcke für hier oben haben wir noch Kohle die nehmen wir auch mit und dann machen wir uns mal in die tiefen Erde auf um dort nach anderen Rohstoffen zu suchen äh aber das ganze dann natürlich wie immer in der nächsten Folge es wird ziemlich monsterlastig das sieht man schon da oben auf der Minimap was hier am Monstern rumschwirrt ist echt der Kracher und mal sehen ob wir da heute rauskommen aus der Nummer Kohle haben wir schon jetzt eine ganze Menge oh hier ist auch noch mehr davon noch mehr davon noch mehr davon und wir sind natürlich auf Höhe 69 das heißt wir sind ganz oben hier werden wir keine tollen Rohstoffe finden aber ihr könnt ihr ja mal 69 merken damit der äh ne falls wir wieder zurückkommen so ich mach jetzt hier Öfen und da brate ich mir erstmal mein ganzes äh Krams drin und ich würd sagen in der nächsten Folge geht's dann in die Tiefen der Erde ich hoffe ihr seid auch wieder dabei ähm und da ist ein Zombiedorfbewohner und ich sage liebe Leute bleibt böse und bis zur nächsten Qual Buh erschreckt wir sehen uns bis zum nächsten Mal Vielen Dank.